Wenn es mal klappt und ich habe es noch nicht einmal geschafft, einen Livestream von ihm zu sehen. Noch nicht ein einziges Mal. Ich habe nur bei Electric Avenue mal... Oh nein. Das lassen wir sein. Da kommen wir später hin. Da müssen wir erst mal gucken. Da drüben, die Bienen schaffen wir, glaube ich, auch noch nicht. Da werden wir später ein bisschen anders rangehen. Wieso rennt die Kamera immer so weit weg? Das ist ja nervig, alter Schwede. So, aber die beiden Skevancher, die sind... Wo sind die denn? Waren hier nicht vor irgendwelche? Da. Wir machen mal einen von den beiden. Aber wir können die auch nicht einzeln looten, äh, looten, einzeln locken, meine ich. Das heißt, es muss nur einfach... Aufpassen, dass er von hinten nicht angreift. Früher war es auch tatsächlich so, die haben gewartet. So, mit einem fertig war. Oje, meine Kombos sind also für'n Arsch absolut. Richtig für Polizei. Aber na gut. Gibt Erfahrungspunkte, gibt Fleisch, gibt Essen. Aber nicht dieses alte Spielgefühl ist auch eigentlich gleich schon wieder so geil. Mit Mausrad rein- und rauszoomen. Ihr redet gerade, redet ihr gerade vom Chat am Spiel hier, oder? Ihr müsstet ja, glaube ich, im Livestream eure Kommentare sehen, nicht? Rein theoretisch sende ich das mit Absicht so, damit ihr das, was ihr schreibt, auch im Video sehen könnt. Oh, bin ich also aufmerksam. Guck mal da rüber, schnell. Das sollte hoffentlich funktionieren auch. Okay. So, F. So, heute habe ich ja auch die erste Final Fantasy-Folge veröffentlicht. Chox hat ja den Wedge gesprochen. Und Ab der nächsten Folge wird auch das Kinemaster-Logo nicht mehr zu sehen sein, oben rechts. Dagegen habe ich auch was getan. Ich habe es mir einfach gegönnt. Allerdings muss man da ein bisschen schnell sein mit den Filmen machen, weil das bezahlt man dann nämlich monatlich. So. Das kostet 3,50 Euro im Monat. So, wen haben wir denn hier stehen? Hallo. Bevor die uns verprügeln, speichern wir mal ab. Wir sind doch nicht mal ins alte Lager vorgetrunken. Noch gar nicht. Wir sind einfach nur bisher... Hey du! Was willst du? Dich warnen. Wenn du hier weitergehst, kommst du in unser Jagdgebiet. Tja, was jagst ihr denn so? Was jagt ihr denn so? Meistens Scavenger. Sie geben eine Menge Fleisch ab. Außerdem sind sie nicht so schwer zur Strecke zu bringen. Wenn man weiß, wie. So? Und wie? Frag meinen Freund Drax hier. Der weiß über solche Sachen besser Bescheid als ich. Ja, ich glaube, dass Wetsch sehr schwer zu sprechen war, glaube ich dir. Weil das ist ja dieser, glaube ich, schwäbischer Dialekt, der da gesprochen wird. Das kann ich mir gut vorstellen. Was ist an diesem Gebiet so gefährlich? Du bist gerade angekommen, was? In der Kolonie gibt es unterschiedlich gefährliche Gebiete. Auf den Wägen zwischen den Lagern ist es einigermaßen sicher. Aber auch dort kannst du ein paar Wölfen begegnen, die dich als leichte Beute sehen werden. Und genau das bist du auch. Bis du geeignete Waffen und Rüstung hast. Ach, Retro-Eskimo. Ich habe es verstanden. Du meinst, mit dem Mausrad rein und rauszoomen würde das ständige Wegzoomen der Kamera nicht verhindern. Und das ist das mein Problem ist, dass ich hier nicht mit Maus spielen kann. Weil die Maus, ich spiele es im Fenstermodus und die Maus funktioniert nicht. Ich spiele auf Windows 8 und Gothic 1. Ich habe das so lange gebraucht, dass ich es überhaupt zum Laufen gekriegt habe. Es war eine Katastrophe. Wo kriege ich bessere Ausrüstung her? Der nächste Ort ist das alte Lager. Du musst nur dem Weg folgen, den du gekommen bist. Aber bei uns, im neuen Lager, bekommst du die Sachen billiger, wenn du die richtigen Leute kennst. Wenn du ins alte Lager gehst, frag nach Mordrek. Er ist einer von uns. Er verkauft gute Ware für wenig Erz. So, wer klingt bisher so sympathisch? Also, neues Lager. Erzähl mir mehr über die Gebiete der Kolonie. Wenn du zwischen den Lagern reist, solltest du eine Karte haben. So kannst du die Verbindungswege von den Sackgassen unterscheiden. Die Sackgassen führen dich oft in gefährliche Schluchten, in denen du Kreaturen begegnen wirst, denen du am Anfang besser aus dem Weg gehst. Meide alte Ruinen, die Gegend hier ist voll davon. Die meisten sind alte Befestigungen aus dem Ersten Orkkrieg oder verlassene Orkbehausungen. In diesen Ruinen treiben sich oft Orks herum oder Schlimmeres. Vor allem nachts würde ich diese Plätze meiden. Und wenn du noch einen letzten Tipp willst, geh nicht in den Wald. Okay. Wo kriege ich eine Karte her? Frag im alten Lager herum. Ich glaube, da gibt es einen Kartenzeichner. Vielleicht kannst du ihm ja eine seiner Karten klauen. Wenn du es schaffst, bring mir eine mit. Wieso? Verkauf dir die Karten nicht? Wenn du an genug Erz rankommst, um sie zu bezahlen. Okay, wir werden uns also klauen aneignen müssen. Danke für die Hilfe. Glaub bloß nicht, dass hier alle so nett zu dir sind, Kleiner. Ist zwar nicht viel zu holen bei einem Neuen, aber einige hier würden dir sogar für eine alte Spitzhacke die Seele aus dem Leib prügeln. Werd's mir merken. Gut, Ende. Also nochmal zu Final Fantasy. Was wolltest du da erzählen nochmal? Mit Vetch. Achso, Vetch ist ja leider... Vetch, Biggs und auch Jessie scheiden ja aus dem Spiel aus in Folge 8. Nochmal, Drex, kannst du noch was? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Aha, das ist... Ich glaube hier jetzt müssten wir schon die ersten Erfahrungspunkte... Hier, nimm mal ein Bier und erzähl mir was übers Jagen. Na gucken wir mal, was der uns erzählen kann, ohne dass wir jetzt bezahlen, also... Scavenger, so nennen wir die großen Vögel, greift man am besten einzeln an. Du kannst einzelne Scavenger leicht aus dem Rudel locken. Wenn du ihnen zu nahe kommst, reagieren sie gereizt. Nach einer Weile stürmen sie dann auf dich los. Du solltest zu diesem Zeitpunkt schon mit erhobener Waffe warten. Wenn du gut bist und ihn triffst, bevor er dich trifft, heißt es dranbleiben. Dann kannst du das Vieh besiegen, ohne einen Kratzer abzubekommen. Wenn es dich zuerst trifft... Nun ja, pass einfach auf, dass es dich nicht zuerst trifft. Das ist der richtige Tipp. Was kannst du mir noch über die Jagd beibringen? Eine ganze Menge. Aber das wird dich mehr kosten als nur ein Bier. Wenn du weißt, wie, kannst du den Viechern Zähne, Haut oder Krallen abziehen. An die Sachen ist schwer ranzukommen, also sind sie wertvoll. Zumindest wird jeder Händler diese Dinge mit dir tauschen. So Leute, der sagt, ihr müsst dann... Ihr entscheidet hier mit, ne? Wir entscheiden dann, was wir wann wie zuerst lernen. Also hier brauchen wir ja für einen Lernpunkt... Können wir Häuten, Krallen, Fell abziehen, Zähne entfernen. Und das kostet 50 bis 100 Erz. Das gucken wir doch mal. Im Moment können wir das noch nicht, weil wir haben ja noch keinen Lernpunkt. Ich gucke mal rein. Wir haben noch... Lernpunkte haben wir ja noch 0. Wie haben wir denn ein Erz? Ich gucke mal schnell durch. 2. Ist das da oben? 2 mal Erz haben wir. Ich glaube, das ist das, worum es geht letzten Endes. Wieder mal speichern. Das Spiel kann ja auch abstürzen eventuell. So, bei Game of Survival hast du ja den Polizisten genommen. Der Bauer ist besser. Ach, erklären wir mal, was da der Unterschied ist. Das würde ich gerne wissen, weil... Ich habe einfach so irgendeinen genommen. Ist das einfach nur eine optische Sache? Nein! Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh nein, oh nein, nein, nein. Das können wir leider mal von vorne machen. Das war also total sinnlos, was ich jetzt gemacht habe. Ja, was habe ich... Was ist anders? Ich kann ja nochmal von vorne anfangen ohne Probleme. Aber was ist denn anders an diesen... An diesen verschiedenen Charakteren? Steck die scheiß Waffe weg. Alter, gehen wir doch nicht auf den Sack. Ich habe die gezogen, damit der Schrevenscher da oben... Nein! Ach, kommen wir doch auf. Bevor die hier von hinten angreifen... Kriegen wir die drei? Die sind ja noch jünger. Die sind dann doch ein bisschen naiv und dumm. Blocken kann ich also auch. Scheiße, Alter. Ach, fuck, nein. Okay, einen haben wir noch. Der geht doch. Geht doch, geht doch. So. Okay, okay, okay. So. Ja gut. Dann haben wir gleich mal ein bisschen Fleisch von den Naschen. Ach, nehmen wir mal so ein bisschen eine Beere. Guck mal hier. Haben wir ein bisschen was eingesammelt. So, was gibt es denn hier noch zu holen? Wir gehen mal einfach mal... Wir sollen ja nicht in den Wald gehen. Wir sollen jetzt alle Lager gehen. Aber ich bin ja so... Weiß nicht. Ich mache immer nicht so gerne, was die mir erzählen. Ach so, was liegt hier? Blutbuchensamen. Aha. Ich muss das mal mit Tastatur spielen. Das wird echt blöd. Ich hätte ja gerne das Mausrat zur Verfügung. Das war natürlich die Idee. Aber wir müssen natürlich halt so... Müssen wir einfach so ein bisschen gucken. Wird schon gehen irgendwie. Haben wir noch ein paar Scale-Ventures. Das sind... Wir kommen unsere... Da ist ja Moos da oben. Dann kriegen wir die einzeln. Oh, da hinten sind vier. Dann müsste er auf einen erst mal mit einem Pfeil schießen. Mit einem Pfeil im Bogen. Das wäre eigentlich genau der richtige Weg. Oh, hat der... Oh nein! Das war ein Großer, stimmt's? Das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Das war ein Großer. Das war ein Großer. Der Bauer hat Axt und Pistole. Aber was kann ich denn... Ich kann doch mit der Axt aber eh keine Bäume fällen, oder? Okay, da hinten sind richtige Scavengers. Das brauchen wir nicht. Da können wir mal gucken, ob wir hier oben lang kommen. Ob wir noch diesen Moos noch holen können. Hopp. Grabmoos. So. Grabmoos. Vielleicht brauchen wir das Spiel. Vielleicht tauscht uns irgendjemand was dagegen. Haben wir hier noch? Hier haben wir noch eine Blume. Eine Siraphis. Da unten ist noch... Ach, hier ist noch eine Brombeere. Eine Waldbeere. Nein! Nicht Wunderstürzen. Ähm... Was meinst du denn mit der Gameplay-Chat bugged? Ja, mein sechster Dialekt kommt immer wieder durch. Ähm... Ist damit gemeint, dass man das nicht sieht auf dem Bild? Oder ist damit gemeint, dass es einfach falsche Nachrichten übermittelt? Oder gar keine? So, jetzt guck mal erstmal. Eine Karte haben wir ja nicht. Haben wir eine Karte eigentlich? Ne, haben wir nicht. Ist da unten jetzt auch ein Scavenger? Ich glaube, von hier sind wir noch gekommen. Ist das die Straße? Das ist ein Junge. Okay, einen Jungen kriegen wir. Ich glaube, die Großen waren gerade das echte Problem. So, jetzt müssten wir von daher kommen. Und hier müssten wir jetzt langlaufen, glaube ich. Und dann müssten wir doch zum alten Lager... Ach, gucke mal. Und hier war es gekloppt. Die haben hier einen Scavenger verhauen. Aber die haben den nicht gelootet, oder? Komm mal her. Einen haben sie nicht. Da ist noch was drin gewesen. Ah, hier sind also die Freunde vom alten Lager. Da ist das alte Lager. Wir gehen natürlich auch mal rein. Und wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Axt macht bei den meisten Zombies One-Hit. Alles klar. Ich verstehe. Das habe ich beim Üben auch rausgefunden. Rückenwache. Rückenwache. Alles klar. Was haben wir hier? Das ist ein großes... Oh, Gewitter. Das ist ein großes Scavenger, oder? Ob ich das richtig sehe? Jaja, das sind keine jungen Scavenger. Nein, ihr macht die nicht kaputt. Hört doch mal auf. Idioten. Da müssen wir mal gucken, dass wir das... Scheiße. Das ist mir einfach zu schnell. Lücke hat. Jaja, danke du Trottel, Mann. Das sind meine Faustpunkte gewesen, die du mir hier einfach weggeknallt hast. Okay, so... Ach, der Chat. Der Twitch-Chat, meinst du, übermittelt wenig Nachrichten. Ich gucke, ich gucke gerade auf dem Tablet, auf dem Tablet, gucke ich, den... Ach so. So, woher bekomme ich einen Bogen? Woher bekomme ich einen Bogen? Von mir. Ich verkaufe die besten Bögen des alten Lagers. So, dann zeig mal, zeig mir deine Ware. Gut, wir haben Dietrich, Dietrich kaufen wir immer. Dietrich kann grundsätzlich nicht schaden, erst mal. Kostet 10... Ach du Scheiße, wir haben ja gar nichts. Wir müssen erst mal gucken, was wir verkaufen können. Einen Becher brauche ich nicht. Backe ihn erst mal auch nicht. Die Münzen können ja...